Hallo und Willkommen bei Bleib entspannt, Deinem Meditationspodcast. Ich bin Kathi Clodell und es ist Zeit für einen Frühlingsausflug in den Wunderwald. Dafür habe ich in der Wunschphase viele passende Wünsche bekommen. Wollt Ihr wissen, welche drin stecken? Also, da wäre zum einen der Wunsch von Richard, der großer Igel-Fan und begeisterter Helfer der Igel-Rettung ist und deshalb gerne eine Geschichte mit einem Igel hören möchte. Auch die sechsjährige Amelie und der siebenjährige Sohn von Sophie wünschen sich eine Traumreise über einen Igel. Vincent, sechs Jahre alt, wünscht sich eine Reise mit Reptilien wie Schildkröten oder Eidechsen. Genauso wie der achtjährige Elias, der neben den Reptilien auch von Amphibien, das sind zum Beispiel Molche oder Frösche, träumen möchte. Die siebenjährige Lilly, der vierjährige Joschi und die ebenfalls siebenjährige Rosalie wünschen sich eine Traumreise mit einer Schildkröte. Lieber Richard, liebe Amelie, lieber Sohn von Sophie, lieber Vincent, lieber Elias, liebe Lilly, lieber Joschi und liebe Rosalie. Es war mir eine Freude, eure Wünsche für den Frühlingswunderwald zu kombinieren und ich hoffe sehr, die Traumreise gefällt euch und allen anderen Wunderwald-Fans. Habt ganz viel Freude mit Eichhörnchen Eichi, der euch natürlich auch dieses Mal unterstützend zur Seite steht. Schlaft gut und räumt ganz zauberhaft. Eure Kati Hallo Du! Schön, dass Du da bist und zusammen mit mir auf eine kleine Reise gehen möchtest. Bist Du schon einmal im Wunderwald gewesen? Heute wirst Du erfahren, wie es dort im Frühling aussieht, okay? Na dann, lass uns zusammen vorbereiten. Lege Dich ganz gemütlich in Dein Bett. So, wie Du gerne liegen möchtest und schließe bitte Deine Augen. Und jetzt, stelle Dir vor, mit jedem Einatmen würdest Du ein leuchtend grünes Licht in Deinen Körper atmen. Wenn Du ausatmest, breitet es sich in Dir aus. Atme einmal tief durch die Nase ein und sieh zu, wie das grüne Licht in Deinen Körper strömt. Atme durch den Mund aus und spüre, wie sich das Licht in Dir ausbreitet. Atme durch die Nase ein und hole dabei noch mehr grünes Licht in Deinen Körper. Atme durch den Mund aus und spüre, wie gut sich das grüne Licht in Dir anfühlt. Atme noch einmal grünes Licht durch Deine Nase ein. Atme durch den Mund aus. Das grüne Licht strömt nun durch Deinen ganzen Körper und hinterlässt ein wunderschönes Gefühl in Dir. Spüre nach und genieße, wie toll sich das anfühlt. Dabei kannst Du Deinen Atem wieder so fließen lassen, wie er gerne fließen möchte. Und fühle, wie Du dabei immer ruhiger und ruhiger wirst. Ganz weich und leicht. Und jetzt stelle Dir vor, Du stehst im Wunderwald. Und, Du meine Güte, wie schön das hier duftet. Ein bisschen würzig. Aber auch leicht zitronig. Das kommt sicher von der blühenden Douglasie dort. Du atmest den Duft tief in Dich hinein. Während Du beginnst, durch den Frühlingswunderwald zu laufen und Dich umzublicken. Wie schön es hier ist zu dieser Jahreszeit. Nach wenigen Schritten strömt Dir ein neuer Geruch in die Nase. Er ist frisch und süß. Um Dich herum siehst Du blühende Bäume, wie Birke, Hasel und Weide. Von ihnen muss dieser angenehme Duft wohl ausgehen. Aber nicht nur in den Bäumen sitzen zauberhafte Blüten. Auch auf dem Boden erkennst Du die schönen Farben des Frühlings. Wie das Gelb des Scharboxkrauts. Die violetten Nippenblüten der Taubnässe. Oder der Ehrenpreis, der den Waldboden mit blauen Blüten verziert. Dein Blick streift durch den Wald über Bäume, Blumen und Sträucher. Knospen und Blüten. Bis er an etwas Seltsamen hängen bleibt. Es sieht ein wenig aus wie ein Vogelnest, aber kugelrund und ganz schön groß. Etwa wie ein Baseball. Vor allem wird darin ordentlich rumort. Das sind ja Geräusche, Du meine Güte. Moment mal. Plötzlich schaut ein roter, buschiger Schwanz aus diesem runden Ding heraus. Eichi. Du rufst laut den Namen des kleinen Kobolds, der daraufhin auch seinen Kopf herausstreckt. Als er Dich erkennt, lächelt er breit und kommt heruntergesaust, um Dich zu begrüßen. Du fragst das Eichhörnchen, was er denn dort oben in dem Ding da treibt. Eichi ist entrüstet. Er sagt Dir, dass dieses Ding da sein Kobel, also sein Zuhause ist. Und das hat er ganz alleine gebaut. Jetzt, nach dem Winter, war er dabei, es ein wenig herzurichten. Frühjahrsputz eben. Beeindruckt blickst Du zum Kobel des Eichhörnchens und entschuldigst Dich für Deine unbedachten Worte. Du sagst ihm, wie toll sein Zuhause aussieht. Der kleine Kobold schaut Dich besänftigt an und fragt, ob Du eine Tour durch den Wunderwald im Frühling haben möchtest. Ja, sicher willst Du das. Los geht's. Das Eichhörnchen flitzt voraus und Du beeilst Dich, mit dem flinken Kobold Schritt zu halten. Nach wenigen Minuten hörst Du ein hämmerndes Geräusch. Das Eichhörnchen erklärt Dir, dass das natürlich das Trommeln des Buntspechtes ist. Verdutzt blickst Du es an und fragst, warum der Specht denn trommelt. Eichhörnchen holt Tiefluft und erzählt Dir, dass Spechte das Trommeln als Signal benutzen, so wie wir unsere Sprache. So verständigen sich die Spechte untereinander. Das Männchen gibt so zum Beispiel bekannt, dass es ein Spechtweibchen sucht. Oder umgekehrt. Und außerdem hämmern sich die Spechte mit ihrem kräftigen Schnabel natürlich Höhlen in die Bäume. Dabei weiß der Specht ganz genau, wo er seinen Meißelschnabel ansetzen muss. Der kleine Vogel mit dem schwarz-weiß-roten Federkleid ist ein richtiger Zimmermann. Vor Euch lichten sich jetzt die Bäume. Und eine wunderschöne Frühlingswiese kommt zum Vorschein. Gelbe und weiße Schmetterlinge fliegen darüber hinweg. Marienkäfer krabbeln über die Pflanzen und Du hörst das Summen der Bienen und Hummeln. Gerade siehst Du eine ganz große Hummel an einer gelben Blüte sitzen. Das ist sicher eine Hummelkönigin. Eichi hüpft über die Blumen hinweg. Als plötzlich etwas vor ihm entlang huscht. Na nun, was war denn das? Eichi ruft dem Ding hinterher. Und es hält tatsächlich an. Aber das ist ja eine Eidechse. Sie ist wirklich hübsch. Braun, mit dunklen und hellen Flecken. Groß und kräftig. Und sie hat kurze Beine, aber einen sehr langen Schmanz. Das ist Sandy, die Zauneidechse, erklärt Dir Eichi. Sandy schaut vorsichtig zu Euch herüber. Sie wirkt sehr nervös. Eichi ruft Dir zu, dass sie keine Angst zu haben braucht. Er sagt, dass Ihr beide gute Freunde seid und Du ihr sicher nicht zu Leide tust. Aber dann ruft sie nur entschuldigend, dass sie keine Zeit hat. Ihr Mann wartet bereits auf sie. Und damit huscht das flinke Tier auch schon davon. Eichi schüttet den Kopf. In dieser Jahreszeit haben die meisten Tiere im Wunderwald Frühlingsgefühle, erklärt er Dir. Da ist dann Dauerkuscheln angesagt. Und bald darauf kommen überall die Tierbabys zum Vorschein. Eichi grinst und hüpft weiter über die Wiese. Dabei ruft er, dass er mit Dir zum kleinen Teich will. Dort ist zu der Jahreszeit immer sehr viel los. Doch dann hält er plötzlich an und blickt zu einem großen Busch. Irina, ruft er, Du bist endlich aus dem Winterschlaf erwacht. Und da siehst Du auch schon, mit wem das Eichhörnchen spricht. Eine kleine, stachelige Igeldame sitzt dort neben dem Busch und schnüffelt suchend auf dem Boden herum. Zwischendurch antwortet sie Eichi und sagt, dass sie dieses Jahr wirklich sehr lange geschlafen hat. Und nun brummt ihr mächtig der Magen. Die kleine Igeldame ist auf Nahrungssuche. Eichi erzählt ihr, dass ihr auf dem Weg zum Teich seid. Dort gibt es doch reichlich Insekten für die kleine Stachlerin. Der kleine Kobold lädt Irina ein, mit Euch zu kommen. Die Igeldame überlegt kurz und stimmt schließlich zu. Gemeinsam setzt ihr euren Weg fort. Und Du staunst nicht schlecht, als Du siehst, wie schnell Irina auf ihren kurzen Beinchen flitzen kann. Als ihr bei dem kleinen Teich ankommt, hörst Du schon das lautstarke Quaken der Frösche. Irina schnüffelt aufgeregt im Gras. Und bald schon hörst Du die Igeldame zufrieden schmatzen. Deine Aufmerksamkeit allerdings liegt woanders. Direkt am Ufer liegt eine Schildkröte. Und sonnt sich zufrieden. Archi, der Deinem Blick gefolgt ist, berichtet Dir, dass das Terrapin ist. Die europäische Sumpfschildkröte. Müde öffnet die Schildkröte ihre Augen leicht und blinzelt Euch verschlafen an. Ihre Arme, Beine und der Hals sind schwarz gefärbt und haben gelbe Flecken. Der Panzer der Sumpfschildkröte ist oval und etwa 20 Zentimeter groß. Du betrachtest Terrapin ausgiebig. Bis plötzlich etwas an ihr vorüberhüpft. Etwas Kleines, Blattgrünes. Ein Laubfrosch. Der Kleine schaut Euch neugierig an und quakt ohne Scheu drauf los. Er erzählt Euch, dass er es endlich von seinem Winterquartier zum Teich geschafft hat. Das war ganz schön anstrengend, sagt er. Aber jetzt muss er nur noch eine Frau finden. Eichi schaut Dich zwinkernd an. Siehst Du, überall Frühlingsgefühle, sagt er. Du grinst, als sich plötzlich noch jemand zu Eurem Grüppchen gesellt. Es ist ein Teichmolch, verrät Ihr Eichi. Der kleine braune Kerl beschwert sich lautstark darüber, wie gefährlich die Wanderung vom Winterquartier zum Teich geworden ist. Und das nur wegen der vielen Straßen. Da hinüber zu kommen, ist nicht so einfach. Aber dieses Jahr, erzählt der Molch weiter, ist ihm etwas Außergewöhnliches passiert. Er ist in einen Krötenzaun gefallen. Was ist denn das? Fragst Du den Molch mit großen Augen. Der Kleine erklärt Dir, dass liebe Menschen diese Zäune an den Straßen aufstellen. Sie reichen einem Erwachsenen ungefähr bis zum Knie, sodass die Kröten und Frösche nicht drüberhüpfen können. Deshalb wandern die Amphibien den Zaun entlang und versuchen doch noch irgendwo drüber zu kommen. Nun ist aber alle paar Meter am Zaun ein Eimer im Boden. Früher oder später fallen die Frösche und Kröten in einen davon hinein. Dann kommen die lieben Menschen wieder, holen die Tiere aus den Eimern und können sie sicher über die Straße tragen. Und genau das ist dem kleinen Molch dieses Jahr passiert. Wow, denkst Du. Das ist ja toll. Ob es bei Dir in der Gegend auch einen Krötenzaun gibt? Das willst Du unbedingt herausfinden. Der kleine Molch springt in den Teich und streckt gleich darauf seinen Kopf wieder aus dem Wasser. Er klettert auf einen schwimmenden Baumstamm. Oh, Wahnsinn! Jetzt sieht der Molch ja ganz anders aus. Ein hoher, gewellter Hautkamm sitzt ihm vom Hinterkopf an auf dem gesamten Rücken. Sein Bauch ist wie die Unterseite des Schwanzes leuchtend orange. Und an der Seite trägt er einen silbrig glänzenden blauen Streifen. Der Molch lacht Dir in Dein verdutztes Gesicht und erklärt, dass das seine Wassertracht ist. Doch in dem Moment räuspert sich Eichi und reißt Dich aus Deinen Gedanken. Er will zurück in den Wald mit Dir. Schnell verabschiedest Du Dich von Laubfrosch, Molch und Sumpfschildkröte. Und winkst auch noch der mampfenden Igeldame Irina zu, während Du Eichi zurück in den Wald folgst. Nachdem Ihr ein paar Schritte durch den Wald gelaufen seid, nimmst Du ein herzzerreißendes Zwitschern wahr. Du schaust nach oben und siehst eine kleine Höhle oben im Baum, aus der das hungrige Schirpen erklingt. Babyvögel! Du kannst ihre kleinen gelben Schnäbel sehen, die sich hungrig aus dem Baumloch strecken. Und da kommen auch schon Mama und Papa angeflogen, mit vollen Schnäbeln, um ihre Babys zu füttern. Es sind Stare. Ihr weiß getupftes Gefieder glänzt schwarz-blau in der Sonne. Und jetzt zwitschern die Babystarre noch mal so laut. Endlich gibt es etwas zu futtern und jeder will der Erste sein. Du grinst breit zu der Starrfamilie hinauf, während Du mit Eichi langsam weitergehst. Der dämmerige Wunderwald steckt noch voller Tiere und Insekten, die fröhlich die Abendsonne und das Leben im Frühling genießen. Allmählich wird es Nacht im Wunderwald. Die untergehende Sonne hat nur noch wenige orange-rote Strahlen übrig gelassen, die zauberhaft durch die Bäume schleichen und den Wunderwald in ein geheimnisvolles Licht töllen. Eichi gähnt laut und genüsslich. Das sieht gleichzeitig so süß und komisch aus, dass Du lachen musst. Doch in diesem Moment hörst Du noch ein anderes Geräusch. Nanu, es klingt wie das Lachen kleiner Kinder. Sind hier etwa noch andere Traumreise-Kids unterwegs außer Dir? Auf jeden Fall scheinen sie ganz schön viel Spaß zu haben. Du gehst dem Geräusch nach. Drei Bäume weiter siehst Du schließlich seine Ursache. Aber Kinder sind das nicht. Naja, zumindest keine Menschenkinder. Es sind drei kleine Dachse. Du meine Güte sind die putzig mit ihren witzigen schwarz-weißen Gesichtsmasken. So sieht nämlich die Zeichnung auf ihrem Kopffell aus. Wie eine Maske. Und die süßen kleinen Ohren. Wie sie lustig wackeln, während die Dachskinder fröhlich miteinander spielen. Und, ja, lachen. Die Dachskinder lachen. Sogar süß. Mit ihren kleinen kurzen Beinchen wackeln sie zum Eingang einer unterirdischen Höhle. Und? Wie witzig. Sie rutschen den Gang hinab. Als wären sie auf einem Spielplatz. Deshalb heißen die Gänge im Dachsbau also Rutschrinnen. Der kleine Dachs, der gerade hinuntergesaust ist, kommt wieder aus dem Bau. Und macht Platz für den nächsten. Dann schnuppert er aufgeregt in eure Richtung. Und entdeckt Eichi und dich im Gebüsch. Eichi hüpft fröhlich auf das Dachskind zu und begrüßt es. Der kleine Kobold scheint ein guter Bekannter in der Dachsfamilie zu sein. Die kleinen Dachse erzählen ihm gerade, dass Mama und Papa Dachs noch unten im Bau sind. Als ein Kratzen in den Gängen ankündigt, dass sich das wohl bald ändern wird. Und schon streckt Mama Dachs ihren Kopf aus dem Höhleneingang. Ist die aber hübsch. Das Weiß ihrer Gesichtszeichnung leuchtet strahlend hell in der anbrechenden Nacht. Und ihre dunklen Augen funkeln gut gelaunt. Sie begrüßt Eichi und dich herzlich. Und beginnt dann ausgelassen mit Eichi über die neuesten Geschehnisse im Frühlingswunderwald zu schwatzen. Du wirst währenddessen neugierig von den drei kleinen Dachsen beschnuppert. Jetzt fragen sie dich, ob du auch mal rutschen magst. Oh ja, sehr gerne, sagst du. Und krabbelst in das große Eingangsloch. Und tatsächlich, der Gang, der darauf folgt, geht wie eine Rutsche schräg hinab. Du nimmst mit den Händen ein bisschen Schwung. Und saust hinunter. Oh, wie toll. Das macht ja richtig viel Spaß. Schnell krabbelst du wieder hinauf und lässt die drei kleinen Dachse rutschen. Immer abwechselnd saust ihr die Rutschrinne im Dachsbau hinab. So lange, bis euch schon beinahe der Popo brennt. Dann aber kommt Mama Dachs zu euch und sagt, dass es Zeit fürs Bett wird für die drei Dachskinder. Eichi hüpft zu ihr und fragt sie, ob nicht noch ein Plätzchen für dich bei den Dachsen frei wäre. Schließlich brauchst du auch noch ein Schlafquartier. Na aber sicher, sagt Mama Dachs und schieb dich hinter ihren Kindern in den Höhleneingang. Du kommst gerade noch dazu, dem roten Kobold zum Abschied zu winken und Tschüss Eichi zu rufen, als du zum wiederholten Male die Rutschrinne hinabsaust. Du folgst den Dachskindern durch mehrere Gänge hindurch. Der Dachsbau ist wirklich ganz schön geräumig. Schließlich kommt ihr im Schlafkessel an, in dem schon Papa Dachs Moos und Gräser zusammenschiebt und es euch weich und gemütlich macht. Schön warm ist es hier drin. Und noch während du das denkst, musst du kräftig gähnen und merkst, wie müde du eigentlich bist. Zusammen mit der Dachsfamilie kuschelst du dich auf das weiche Polster und schließt deine Augen. War das wieder ein schöner Tag im Wunderwald? Du lächelst in dich hinein, während du die Müdigkeit durch deinen ganzen Körper fließen lässt. Du wirst ruhiger und ruhiger. Weich und leicht. Lässt dich einfach treiben. Immer weiter. und weiter. Bis ins Land der frühlingshaften Wunderwaldträume. Gute Nacht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020